Auch Azeite Artesano Gil ist eine Schutzmarke von Salsas Artesanas Familia Gilmartine FCL und bekannt vor handwerklicher hergestellten Soßen seit ihrer Gründung im Jahre 2007. Unser Hauptziel ist es, qualitativ hochwertige Produkte mit einem ausgezeichneten Service zu kombinieren. Handwerk Unsere Qualitätssiegel garantiert, dass unsere Produkte traditionsgemäß hergestellt werden. Unsere Aglioli oder auch Azeite hat den typischen Geschmack und die Konsistenz, die nur eine mit der Hand und einem Morser hergestellte Aglioli erreichen kann. Auch verwenden wir die alte gebrauchten Zutaten des traditionellen Rezepts und verzichten auf künstliche Zusatzstoffe. Das fertige Produkt wird unter kontrollierten Temperaturbedingungen gelagert und geliefert. Dies ermöglicht es uns, unsere Kunden zu gewährleisten, dass unser Produkt an ihrem Tisch mit seiner vollen Qualität ankommt. Um ein hervorragendes Produkt herzustellen, ist ein exzellentes Team nötig. Für auch Azeite für Sanochil sind die Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg.